montag der 13 dezember 2021 hallo und herzlich willkommen zum neuen video wir öffnen auch heute das türchen lassen wir jetzt hier sehen das kommt ein schlitten hervor habe jetzt ein bisschen getrickst beim tego den ersten will er da oder will er auch nicht so und es kommt eine höhe zum vorschau bei dem aldi musste ich etwas tricksen weil und dann fällt schon wieder runter und da kommt eine gerze hervor das wollen wir mal zeigen hier demzufolge als bei dem zweiten tego der svenskalender wo ja auch diese gerze zum vorschein kommen und das ist auch der fall jetzt sage ich bitte like das video lassen aber da wir sehen uns dann morgen